Musik 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 Servus Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind drüben in Frankreich, im Elsass und wir sind jetzt hier in einer alten Militärkanzerne. Also auf los geht's los. Schaut sich an. Sie ist einfach schon gut zerstört. Wir gucken mal was wir sehen. Aber ich glaube Freunde, viel wird es nicht mehr geben. Sie sieht schon sehr vermüllt und kaputt aus. Schaut sich an, hier rein, wenn ihr da rein guckt. Das ist hier schon alles zugemüllt. Ja, auch hier. Einer der wenigen. Einer der wenigen Räume, der jetzt hier eigentlich noch halbwegs vernünftig ausschaut. Ja, es ist einfach hier alles schon extrem kaputt. Also viel. Oder hier, wenn ihr hier so ein, so sieht es hier ziemlich in jedem Raum aus. Alles voll, alles voller Müll hier drin. Ja, das ist auch noch halbwegs. Ja, wenigstens, ja, wenigstens die Toilette ist hier noch halbwegs im Takt. Immerhin was. Einer der wenigen. Einer der wenigen Räume. Freunde, wir gehen jetzt mal noch einen Stock hoch. Aber wir gucken mal. Es ist einfach alles leer. Wenn ihr guckt, hier ist zwar alles gesprüht, aber auch hier unten alles voller Müll. Und das ist noch einer der Räume, wo am wenigsten Müll ist. Hier könnte also nicht, wenn man sich die Anlage da oben anguckt, die Abzüge, könnte sein, dass hier so eine, weiß nicht, kleine Mini-Küche stand oder so. Wer weiß, keine Ahnung. Also Freunde, die Frage mit der Küche hat sich geklärt. Es ist nämlich keine Küche. Wir sind jetzt einen Stock weiter oben. Es war ein Duschenmarkt. Hier konnten sich die Soldaten, die hier früher stationiert waren, einfach duschen. Freunde, hier sind wir. Ich zeig's euch gleich. Wir sind hier auf dem Dachboden angekommen. Schaut's euch an. Hier sind wir. Einfach auf dem Dachboden. Wir gehen jetzt auch nicht drauf auf den Dachboden. Ich zeig's euch einfach nur so. Hier ist alles kaputt. Und wenn ich da, wie seht's ja, guck, wenn ich hier schon nur ganz leicht trete, dann federt das schon so nach, dass das wahrscheinlich nachgeben wird. Von daher lassen wir das einfach mal. Da haben wir nämlich wieder das Thema mit der Sicherheit und mit dem Risiko. Freunde, aber da es jetzt hier nichts mehr gibt, wir sind jetzt ganz oben. Wir gehen jetzt wieder ganz runter und gehen raus. Und ich würde sagen, lasst ein Like da ein Abo. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.